Ok, diesmal auf meinem Account wieder ein neuer Guardian Free Guild War gegen 1789, 1789, whatever, wie auch immer. Ok, wir haben eh schon gewonnen, ich habe irgendwie die Woche nicht so wirklich Lust zum Trollen, sag ich mal. Ich könnte euch oben gleich so lassen. Na gut, Troll mal ein bisschen wenigstens. Oben sollte man Verath und Gemini gleich killen, Perna ok. Ist dann 3 gegen 1, wobei Lucian wahrscheinlich sterben wird. Aha. Tja. As expected. Chill map ein bisschen. Keine Lust auf 1 gegen 1. So. Shield haben wir ein bisschen. Defense Break, Attack Break. Ok, dies wäre es dann auch gut. Ok, wie erwartet. Hier sollten alle auf dem Paladin. Oh mein Gott, komm. Stun. Oh, kill. Nein. Oh mein Gott. Ok, was machen wir? Soll ich Invis machen? Ja, mach mal Invis. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Monkey muss sterben. Oh mein Gott. Monkey mit 10 Stacks. Gratuliere. Chill, Junge. Kill endlich. Danke. Und ein Wire Proc im Defense Break. Sehr schön. Immer dieser Wire Proc hier. Hammer Sicherheitshalber. War schon wieder fast zu Risky. Gut, was gibt es da noch? Oh. Wind Panda und Wind Panda. Oh. Skogo. Und Und Da unten machen wir Cyrus Cleave. Oben wäre irgendwie so eine richtige, so eine Trap so einfach so auf. Eigentlich wäre Kali da wohl gut. Und Weil einfach Defensive Knorr und das Ding ist einfach wieder Machen wir es trotzdem. Aber mit einem mit einem Reviver sicher ist sicher. Ich gehe mal stark davon aus, dass hier Mr. Skogo meine Kali killt. Hohoho. Rest in Peace. Ich hoffe, Eladrill krepiert jetzt nicht. Ich hiel mal Sicherheitshalber. Ja. Haha. Aber ja. Fuck. Ich habe wieder das Teil ready. Okay. Meine Kali cuttet, schätze ich mal. Autsch. Mh. Müssen aber Wahnsinn. Irgendwas macht das denn passiv auch. Ich habe keinen Plan. Resetet das Teil nicht irgendwie, wenn ich ihm angreife oder irgend sowas. Alter, chill. Jede Runde reddit den Dreck. Aber ja. Okay. Revive bringt gerade nichts. Oh mein Gott. Hör wieder damage immer mehr. Ich muss mal irgendwie nachher gleich durchlesen. So. Ich glaube, Kali cuttet ihn. Vielleicht. Okay. Oh mein Gott. Ich glaube. Alter Schwede. Und jetzt macht er wieder das Ding. Heal of Illadrill. Oh Gott. Ich muss Jasuni weifen. Nein. Ich habe keinen vollen Plasmus ready. Oh mein Gott. Dankeschön. Skogo. Overpowered. Aber nicht genug. So hoffen wir auf. Ich wollte sagen Reset. Aber wir haben ja schon einen Defense Break. Okay. Wir haben wenigstens alles drei. Ach komm her. So. So. Naja. Alles. Komm ich schon. Armaina killen. Sollte man gewinnen. Oder? Double stun. Du wirst genervt. Mach Reckless. Nein. Okay. Jaja. So. Schau mal. Ich schau mich mal schnell. Wo ist Mr. Skogo. Cooler und Reduce. Wahrscheinlich momentan gerade der beste Wind Tank. Würde ich mal fast behaupten. Okay. Einmal Copper Bulldozer unten. Wir werden auf jeden Fall outspeeden die unteren. Aber ich gehe trotzdem stark davon aus. Copper killt auf jeden Fall. Und Bulldozer hoffe ich auch. Trotz Shield. Was machen wir da? Warum nicht? Molong war gestern. Strip bitte irgendwas. Okay. Okay. Defense Break. Okay. Lass halt Rector killen. Okay. Okay. Nice. 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 Baunt mal Molang wieder. Nein. Pöner. Nice. Nice procs, Double Stun. Bisschen blöd, wenn ich jetzt Perna kill, kommt halt wieder zurück und machen wir den ersten Skill und hoffen, dass Perna überlebt, na bitte. Ha 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 Molong. Falls ihr das Video vorher mitbekommen habt, hat mir jemand seinen Account of Europe zur Verfügung gestellt, für Guild Wars war ziemlich lustig. Vor allem mal was anderes, falls irgendwer noch möchte, sag ich mal, oder falls wer möchte, dass ich eben Summons mache, oder eben Guild Wars und so, könnt ihr ruhig Bescheid sagen. Also, mache ich immer gerne, ja. So, ja, wie erwartet, Bulldozer hat zwar nicht ganz gekillt, aber knapp. Jetzt kommen noch ein paar Scrolls, drei Wins, schon mal ein guter Start. Auch eine LD Scroll dabei. Schauen wir mal. Nein. Trailer. So, Secret Tactics. Okay. Oder? Nee, der ist, der ist scheiße. Der Two Star ist gut. Keine Ahnung, was der überhaupt macht. Hört sich nicht besonders an. Na gut. Warte. Ja. Mach mal noch die... Mach mal sowas hier. Das brauchen wir nicht. Chloe und... Na ja. Ich hoffe, dass die jetzt keine Runen drauf hatten, aber... Auch schon egal. So, wo ist mein... Windpanda. Oh mein Gott. Blue Trevor. Na gut. Bis später oder so.